Hallo bei Phil's Philosophy. Uns geht es heute um folgendes Thema, feministische Ethik und ethische Bildung. Gleichberechtigung der Geschlechter aus der Sicht einer feministischen Ethik. Ich freue mich dazu, Frau Selina Müller begrüßen zu können, die zu diesem Thema nämlich ihre Bachelor-Thesis geschrieben hat. Frau Müller, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Zu einer ersten Frage. Mich interessiert, wie Sie auf das Thema überhaupt gekommen sind. Was macht das Thema aus Ihrer Sicht zu einem so wichtigen, dass Sie Ihre Bachelor-Thesis schreiben wollten dazu? Also einerseits ist Feminismus einfach schon lange ein Herzensthema von mir. Ich glaube auch aus dem Grund, dass die Existenzberechtigung des Feminismus in der westlichen Welt immer wieder hinterfragt wird. Mit dieser Aussage, ja Männer und Frauen sind ja schon gleichberechtigt. Und diese Aussage kommt aber leider oft von Menschen, die gar keinen Sexismus erfahren. Und dementsprechend finde ich es total wichtig, dass da weiterhin darauf aufmerksam gemacht wird. Und vielleicht nochmal der Bezug zur Ethik. Da ist mir einfach im Laufe meines Bachelor-Studiengangs aufgefallen, dass die Literatur, die wir verwenden in den Seminaren, viel zu oft oder in der Mehrheit von Männern kommt und nicht von Frauen. Und da würde ich mir mehr Gleichberechtigung wünschen. Einmal angenommen, Ihre 15-jährige Schülerin fragt Sie, was dieser berühmte Satz von Simone de Beauvoir bedeutet, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Wie könnten Sie ihr das erklären? Also Simone de Beauvoir spricht hier von der Konstruktion von Geschlecht. Also sie geht davon aus, dass wir nicht als Mann und Frau in diesen Stereotypen auf die Welt kommen, sondern dass die Gesellschaft uns prägt und dementsprechend diese Rollen entstehen. Und sie bezieht es besonders auf die Frau, weil sie die Frau als das andere des Mannes sieht. Sie beschreibt es so, dass Männer praktisch der Standard in der Gesellschaft sind. Das sieht man an den Medikamenten, die auf Männer ausgelegt sind, Crash-Test-Dummies, die das Gewicht und die Größe von Männern haben, die deutsche Sprache, wo Frauen einfach anders positioniert werden als Männer. Und durch diese Andersartigkeit entsteht das Rollenbild der Frau auch anders als das von Männern. Dann zum Inhalt Ihrer Arbeit zunächst mal eine der allgemeinen Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Feminismus, feministischer Philosophie und dann eben, wie es bei Ihnen ja auch im Titel heißt, feministischer Ethik? Also der Feminismus kann als Ideologie gesehen werden, die eben die Gleichberechtigung der Geschlechter anstrebt, mit Blick auf Frauen, weil es eine Bewegung von Frauen für Frauen ist, um diese gleichermaßen an der Gesellschaft zu beteiligen. Und die feministische Philosophie beschreibt Denkansätze hauptsächlich aus den letzten 100 Jahren in der Philosophie, die die soziokulturelle Prägung auf die Geschlechter untersucht und dementsprechend auch die Auswirkungen auf Philosophie, Kunst, Wirtschaft und wie sich das eben gestaltet. Und die feministische Ethik gehört zu den angewandten Ethiken, noch genauer zur politischen Ethik und beschäftigt sich mit geschlechtsspezifischen Handlungsoptionen im moralischen Bereich. Und kritisiert in diesem Zusammenhang eben auch, wo Themen wie Fürsorge oder Gemeinschaft in den herkömmlichen Theorien zu kurz gekommen sind. Und dazu will ich gleich fragen, viele von uns kennen ja die Ethik der Fürsorge oder Care-Ethik von Carol Tilligan als eine feministische Ethik. Und sie beobachtete ja, dass Frauen in der Ethik eher auf konkrete Fürsorge Wert legen, Männer eher, alles natürlich statistisch, auf abstrakte Gerechtigkeit. Das ist nun auch schon 40 Jahre her. Wie wird das heute in der Forschung eigentlich gesehen? Ist das noch aktuell? Und dann auch die Frage, ist das die ganze feministische Ethik oder kommt da noch mehr dazu mittlerweile? Also man kann schon sagen, dass Tilligans Ansatz heute eher veraltet ist. Und es beginnt schon mit den Geschlechterrollen. Also die Biologie hat sich weiterentwickelt. Wir wissen heute, dass die äußeren Geschlechtsmerkmale nicht gleich Mann oder Frau sind. Und das geht sogar noch weiter, dass auch von den Chromosomen oder dem Hormonspiegel nicht abgelesen werden kann, haben wir einen Mann oder eine Frau. Vielleicht da ganz kurz als Veranschaulichung. Es kommen ungefähr genauso viele Menschen Intersex auf die Welt, wie wir Rothaarige auf der Welt haben. Und es würde auch niemand leugnen, dass es Rothaarige gibt. Also dementsprechend kommen da die binären Ansätze einfach etwas zu kurz. Und darüber hinaus wurde bei Tilligan auch kritisiert, dass sie sehr anekdotenbasiert gearbeitet hat. Also Kohlbergs Stufenmodell der Moral weniger wissenschaftlich kritisiert hat. Da würde ich allerdings sagen, dass schon Themen wie Fürsorge und Gemeinschaft auch in nicht eurozentrischen Theorien eine große Rolle spielen. Wie zum Beispiel der Motherism in Afrika, wo einfach die Theorie sich um die Frau in dem afrikanischen Matriarchat dreht und diese Mutterschaft und Fürsorge. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, bloß weil nicht wissenschaftlich im herkömmlichen Sinne gearbeitet wurde, dass die Theorie nicht stimmt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, heutzutage wird sie dem Ganzen nicht mehr gerecht. Ja. In Ihrer Arbeit hat mich dann besonders interessiert, die Beschäftigung mit den Grenzen des Verstehens, weil dieses ein Thema für mich ist. Und da haben Sie ja geschrieben, zum Beispiel der Black Feminism sagt, dass es auch zwischen Frauen verschiedener Kulturen oder Hautfarbe ja weiter kulturelle Unterschiede gibt und dass sich das irgendwie auf die Grenzen des Verstehens und auf die Verständigung auswirkt. Was bedeutet das hier für die feministische Ethik? Also erstmal kann gesagt werden, dass das Thema Intersektionalität noch relativ neu ist im Mainstream-Feminismus. Vielleicht ganz kurz als Erklärung, Intersektionalität beschreibt eine Überschneidung von Unterdrückungsfaktoren. Also ich bin beispielsweise eine weiße Frau mit einem Uni-Abschluss und ich kann dementsprechend Sexismus erfahren, aber vermutlich keinen Rassismus oder Klassismus. Auf der anderen Seite wäre eine schwarze Frau im Rollstuhl genauso von Sexismus betroffen, aber eben auch von Rassismus und Behindertenfeindlichkeit. Und das unter einen Hut zu bringen, ist tatsächlich nicht einfach. Und ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Lösung. Ich glaube, was total wichtig ist, ist Offenheit und eine Vielfalt an Quellen und sich auch bewusst zu sein, dass man nicht für andere Frauen sprechen kann und einfach Reichweite geben, Raum geben und im richtigen Moment wissen, okay, diese Frage kann vielleicht jemand anderes besser beantworten als ich. Ja, nun werden Sie in einigen Wochen Lehrerinnen sein, Referendaren für unter anderem Ethik und wenn Sie da so eine Message an Ihre Schülerinnen und Schüler hätten im Sinne der feministischen Ethik, was wäre das? Ja, also erstmal würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass die patriarchalen Einflüsse noch weiter abnehmen, weil ich einfach glaube, dass eine einseitige Betrachtung der Dinge nie zu einem objektiven Ergebnis führen wird und würde mir von und für meine Schüler einfach ganz viel Offenheit und Empathie wünschen und dahingehend auch diverse Vorbilder und diverse Quellen und dass man gleichzeitig nicht Gleichberechtigung mit Gleichbehandlung verwechselt, weil alle unsere Schülerinnen und Schüler haben die gleiche Berechtigung, in der Schule zu sein und man muss ihnen allen gerecht werden, aber sie kommen eben alle mit einem unterschiedlichen Päckchen in die Schule und das kann geschlechterspezifisch sein. Ich finde, es ist auch wichtig zu wissen, dass Mädchen und Jungen anders aufwachsen in der Gesellschaft, aber es ist immer individuell und da einfach individuell darauf eingehen zu können und empathisch. Frau Müller, das war sehr beeindruckend. Danke, dass Sie da waren. Gerne. Feministische Ethik und ethische Bildung, wir haben euch versucht, einige Aspekte nachher zu bringen und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zum nächsten Frage bei Phil's Philosophy.